Moin Moin! Heute machen wir Päckchen 15 auf des Lutschatz-Aventskalenders. Seid gespannt, wie in Flitzebogen. So, Päckchen 15, so langsam lichtet es sich da hinten, wie ihr seht. Es ist nicht mehr langes Weihnachten, keine vielen Tage mehr. The Walking Dead, Fort Chrome, Victoria, Polizei, Inspektor. Cool, cool. Na gut. Seid morgen wieder dabei, wenn es heißt, Lutsches Adventskalender auspacke. Bis dann! ... 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